Rank mit Ranksetter. Hallo, mein Name ist Marco Möschta und das ist das nächste Video im Ranksetter-Klossar. Heute mit dem Thema Ahrefs-Rank einfach erklärt. Wenn Sie alle Websites der Welt mit dem Tool Ahrefs nach der Stärke Ihrer Backlink-Profile sortieren, halten Sie in Ahrefs-Rank, auch genannt RR. Diesen finden Sie in dem Tool Ahrefs. Wenn Sie eine Seite analysiert haben, meistens links oben. Es hilft Ihnen somit, die Seiten bzw. die Backlink-Profile besser untereinander vergleichen zu können. Die stärkste Webseite hat die Nummer eins. Im Moment ist das facebook.com. Die schlechteste Webseite in Sachen Backlink-Profil ist vermutlich irgendwo bei 1100 Millionen. Nach der Definition von Ahrefs selber ist das jede Webseite, die noch gar keinen Backlink hat. Das war's heute schon mit dem Ahrefs-Rank erklärt. Wir hören uns im nächsten Ranksetter-Klossar. Musik 1940 Liste Bruder Untertitelung des ZDF, 2020